Scheduling ist nötig, um im Mehrprogrammbetrieb verschiedene Prozesse scheinbar parallel ausführen zu können. Dabei gibt es verschiedene Eigenschaften, die ein optimales Scheduling-Verfahren möglichst gut erfüllen sollte. Minimale Antwortzeit Beim Tastenanschlag oder einem Mausklick sollte das System möglichst schnell reagieren bzw. antworten. Dazu zählt zum Beispiel auch die Antwort von anderen Peripheriegeräten wie etwa Drucker. Minimale Durchlaufzeit Die Zeit vom Start einer Aufgabe bis zur Beendigung sollte möglichst kurz sein. Maximaler Durchsatz Es sollten so viele Aufgaben wie möglich pro festgelegter Zeiteinheit erledigt werden. Maximale Prozessorauslastung Ein Prozessor ist mit der Abarbeitung einer einzigen Aufgabe oft unterfordert. Deshalb sollte man die Rechenpower, die früher im Vergleich zu heute sehr teuer war, so gut es geht ausnutzen, um Leerlaufzeiten, zum Beispiel bei einem Prozess auf dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses wartet, zu vermeiden. Fairness Ein Scheduling-Verfahren sollte fair gegenüber I.O. und rechenlastigen Prozessen sein, das heißt weder Langläufer noch interaktive Prozesse sollten benachteiligt werden. Ein solches optimales Scheduling-Verfahren, wie wir es jetzt hier beschrieben haben, gibt es in der Realität aber leider nicht, da man nicht alle Qualitätsdimensionen gleichermaßen optimieren kann. Wenn man zum Beispiel die Antwortzeit der Prozesse minimieren möchte, müssen für gewöhnlich interaktive Prozesse bevorzugt werden, was wiederum negative Auswirkungen auf die Durchlaufzeit von Langläufern hat. Das kommt also bei der Auswahl einer guten Scheduling-Strategie für ein bestimmtes System auf verschiedene Faktoren an. Einer davon ist zum Beispiel die Betriebsart. Während in Dialogsystemen die Antwortzeit möglichst minimal sein sollte, spielt sie in der Stapelverarbeitung kaum eine Rolle. Hier ist es primär wichtig, dass die vorhandenen Ressourcen möglichst optimal ausgenutzt werden und ein möglichst hoher Durchsatz erzielt wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren oder auf meiner Fragenplattform informatikstudium.net posten. Bis zum nächsten Video.